Willkommen zu einem neuen Follow-me-Around. Und ich hatte bei Instagram ja mal die Frage gestellt, was ihr euch so für Videos wünscht. Weil ich hatte irgendwie keine richtige Idee und ja, ich habe an euch einfach mal gefragt. Und ihr wollt unbedingt wieder ein Follow-me-Around haben. Da jetzt in nächster Zeit aber keine großen Veranstaltungen, Turniere oder so anliegen, auf denen ich gut filmen könnte, habe ich gedacht, mache ich doch mal ein kleines FMA im Stall. Und ja. 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 Und ja.